Hey DJ, the party don't stop DJ, let's go Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer, Call of Duty Ghost mit mir Allerwacht1990 Hier auf Strike Zone Team Bestmatch mit der K7 Und ja, Octane sowie... Lol So ein dummer der Ja, Octane habt ihr leider nicht gesehen, weil ich wurde aus der Lobby rausgeschmissen Beziehungsweise die Lobby wurde halt geclosed Ähm, ja gut, ist halt so Ich muss jetzt erstmal wieder auf Strike Zone klarkommen Strike Zone ist halt So eine Hat halt so eine Relativ spezielle Charakteristik Dass die halt wirklich hier Relativ viel und überall campen können So Ich weiß nicht, wie ich mich mit der K7 schlage Ich hab die in der ganzen CS... Äh, genau CSGO-Zeit Äh, Ghosts-Zeit Super selten gespielt Aber im Endeffekt ist das eigentlich eine mega starke Waffe Zack Weil eingebauter Schalldämpfer So wie die Handy Badger Ähm, ja Das heißt, sollte an sich Relativ gut durchgehen Und ist halt denn mal eine etwas andere Waffe Zack Und den holen wir uns auch noch Ja, kurz mal Na scheiße Okay, gegen drei Leute habe ich keine Chance Okay So, ich weiß nicht, ob es ein Doppelkapp Ja, Doppelabschluss Sehr schön Gut, wie gesagt, gegen drei Leute habe ich keine Chance Oh, Roland Puh Halt die Fresse, man Ich will keine hören Okay, da waren Holy shit, fangen die jetzt an zu nip-typen oder was? Das ist ja Nicht so Na scheiße Ich wollte jetzt so ein bisschen Ja, so CSGO-like halt Schulter-Spray Schulter-Peak-Spray Das hat aber Leider nicht so gut hingekauft Aber nur gut, egal Wir stehen jetzt 9,5 Ist okay 2 EKD Ist gleich am Start, denke ich mal Hoffe ich zumindest mal Jo, da ist er schon Ja, ich hoffe mal, dass das halt für euch passt Mit dem Dingens Vielleicht werde ich auch Das Muster so beibehalten Ah, fuck Ich hab dich nicht gesehen Okay, dass die halt alle mit dem Thermal umherwenden Das ist für mich natürlich ein bisschen schlechter Ja, das wäre halt mega cool Wenn da Könnt ihr mal eure Meinung zuschreiben Also ihr habt jetzt da drei Möglichkeiten Entweder Die komplette fünf Folgen Also die komplette Woche Ah, super, der hat ein Cam, Alter Dieser Lack Entweder die komplette Woche Mit einem Projekt Oder halt Zwei verschiedene Projekte Also einmal drei Videos Und einmal zwei Videos Oder halt So lassen Wie es diese Woche ist Mit drei Videos pro Woche Würde mir halt auch nicht Schlecht kommen Wäre halt auch nicht wirklich schlecht Ehrlich gesagt Und er hat jetzt so einen Lack gehabt Dass er halt Ein Cam halt in seinen Care Package da hatte In seinen Koffer Scheiß da Aber nur gut, egal Jetzt muss man sich erstmal hier drauf einstellen Ach, gehört sich fix, Alter Das gibt's nicht Ich glaube, ich werde ihn nicht ganz so gut glänzen Diesmal Scheiße, es ist leider nur ein Assist Weil durch das Level Lucien Ist es halt ein bisschen Schwere aktuell Weil ich kenne jetzt die ganzen Dinge Es gerade nicht Dispart Mir läuft definitiv Keiner Hat der Dispart Ach, 185 Er hat halt gerade Ach, Mann, Alter Und dann wäre ich halt von hinten erschossen Ja, mal so der Campen GG Ich weiß nicht, ob da noch einer war Na komm Ich weiß, dass du da bist Fuck So, zack Da haben wir einen Doppelabschuss Und ich weiß, dass hier noch Zwei stehen Scheiße, ich hab nur einen gekriegt Kacke Ja, 19, 11 Ja Wie gesagt Das ist halt jetzt so Gerade nicht meins Obwohl ich Strike so Ehrlich gesagt Super gerne spiele Aber das ist doch recht anstrengend Gerade gegen die Leute hier Ah, scheiße Ich hab Man hat das Messen gehört Egal 21, 12 2 KD Wäre cool Also strebe ich ja jedes Mal an Weil ich weiß, dass ich es hinkriege Also, weil ich halt gut genug dafür bin Das hinzukriegen Und dann kommt da von hinten Alter, scheiße Ja, meine Weil ich nur ein Ding jetzt hab Weil ich ja nur Ich sag mal Meinen neuen Spiele hab Funktioniert es ja nicht ganz so Mit meinen ganzen Perks Normalerweise habe ich Ping Und sowas drin Womit ich halt auch super Ach, man, alter Scheiße, wird halt nichts Ich möchte halt sechs Kills Und die sechs Kills Fähig leider nicht Scheiße Fuck Das war knapp Ich weiß nicht, ob hier noch einer stand Na komm Ach, komm schon halt Wo sitzt denn die denn alle hier Durch das Level Durch den Camp Schlaf Wie gesagt Oder wie ihr seht Wird es ja zerstört Und ist halt ein bisschen kacke Ja, schade Keine zwei RKD Aber egal Ich würde sagen Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen Wie gesagt Ihr könnt ja mal unterschreiben Ob ihr Ich sag mal Beispielsweise Ghost Eine komplette haben wollt Also fünf Folgen Oder halt nur als Beispiel So wie letztes Mal War ja zweimal Titanfall Und dreimal MV2 Und dann halt wechseln Zweimal MV2 Und dreimal Titanfall Oder so wie diese Woche Mit Ghosts Dass denn halt Ich sag mal Ein Multiplayer Spiel Halt in der Woche Nur dreimal erscheint So wie Jetzt Ghosts Was wir ja Am Montag Am Mittwoch Und heute am Freitag Gesehen haben Ich würde sagen Habt einen schönen Freitag Habt ein schönes Wochenende Ich bin raus Ich bin alle wach 1993 Bis nächstes Mal Ciao Leute